Das Gras ist aus, das Gras ist aus, das Gras ist aus, das war bestimmt ein Hamsterkauf. Ich grübel sehr, kein Krümel mehr, ist ja schlimmer als im Supermarkt, da bleibt die Tüte leer. Kein Klopapier, kein Klopapier, seit drei Tagen sitz ich ohne auf'm Sofa hier. Jetzt denken sie, hey je, wie kann ein Magen das verpacken, aber wenn ich nix zu rauchen hab, da kann ich auch nicht kacken. Das ist Wohlstandsquarantäne, ich hab Wohlstandsprobleme. Ich find's eigentlich voll schön, ey, nix zu tun und keine Pläne. Ich lieb die Wohlstandsquarantäne. Ist nicht so, dass ich mich schäme, wenn ich heut nix unternehme in der Wohlstandsquarantäne. Jetzt ist Händewaschen wichtig und ich dusch auch gründlich, normalerweise täglich, inzwischen fast stündlich. Und sollte es mir im Überfluss die Tage einmal fad sein, ja, dann lass ich mir zur Abwechslung vielleicht auch mal n Bart ein. Ich hab Game of Thrones gebinged, in dreieinhalb Tagen ist ja keiner mehr hier. Um dagegen was zu sagen, in der siebten Staffel war mit lustig Schluss. Das ist Wohlstandsquarantäne, die sind Tage der Extreme. Ich find's eigentlich voll schön, ey, nix zu tun und keine Pläne. Ich lieb die Wohlstandsquarantäne, ist nicht so, dass ich mich schäme, wenn ich heut nix unternehme in der Wohlstandsquarantäne. Wie lange wird das so noch gehen, vielleicht das ganze Jahr? Wie schön, dass wir zusammenstehen, denn eines ist ja klar. Der Wohlstand darf nicht ausgehen, der Wohlstand, der bleibt drin. Ich schließe meine Außentür und schau nicht mehr hin. Ein Freund von mir, der sagte heut, wir sollten uns mal testen lassen, ob's uns nicht viel zu gut geht. Bei all dem, was wir täglich unterlassen. Ist nicht so, dass ich mich schäme, wenn ich nie was unternehme. In der Wohlstandsquarantäne.